Wieder vom Wegesamtweg an Stefan Wegleitner und Lukas Ziegler zum Thema Austria vs. Germany. 1804. Das Kaiserreich Österreich wird gegründet. Das Unleiten war am schönen Tag. 1871. Die Entstehung des Deutschen Reiches, ja, in anderen Worten, Liebkeland, war geboren. 1938. Ah, Österreich schließt sich dem Deutschen Reich an. Österreich war sowieso nicht mehr als ein ziviles Bundesland für Deutschland. 1945. Deutschland solliert den Zweiten Weltkrieg und stürzt zu einer Weltmacht. Und die Wirtschaftskündigung. Die Deutschen bekommen endlich das, was sie sich so hart verdient haben. 1955. Österreich erhält dort den Staatsvertrag seine Unabhängigkeit. Von wem Unabhängigkeit? Ohne den großen Bruder Deutschland? Österreich wie ein feuchter Furz im Wind hier verweht. 1909. Die Berliner Mauer fällt zurück und ganz Deutschland ist wieder vereint. Am besten wäre eigentlich eine Mauer zwischen Österreich und Deutschland. Seit der zehnten Jahrhunderten, Herr Strigalität. Für Wiederversöhnung ist es längst zu spät. Es ist Kampf, es ist Krieg. Und die Frage ist, wer holt hier den Sieg? Ein Land gegen Wirtschaft zu machen. Wir warten nur darauf, bis es richtig kann. Österreich, Deutschland, wer hat hier die Oberhand? Wir warten nicht zu spät. Wir werden sagen. Runde 1. Sehr gut. Gut da. Siehe, Entschuldigung. Sagt ihr, Zufälle? Was ist Deutschland? Da wird doch der Hund in der Pfanne vergangen. Kann man nicht einmal in Ruhe seine Zeitung rufen? Überall! Wirklich überall! Wir sind böse Parasiten! In der Tat! Oh, wenn haben Sie das nur erkannt? Österreichische Intuition. Ich meine, erstens hat er Guten Tag gesagt und zweitens liest er da Bild-Zeitung. Dürft Ihnen eine kurze Frage stellen, Herr Schmidt, Torsten Schmidt? Dem wird der Name jetzt in der Tat! Georg Feier hat das Wort! Was ist in Baden-Württemberg? Da, auf Ihrer Zeitraum steht etwas über die Frau Merkel. Ah, Merkel! Also, bei uns in Österreich erfolgt sich die seit der letzten Frühlingskrise ja aber keine sehr große Beliebtheit mehr. Jetzt sagen Sie, mögen Sie die in Deutschland so gerne? Oder gibt es einfach einen besseren Pärbel? Sagt ausreichend der Österreicher, den Herrn Feinwander des Bundeskanzlers hat, Kaffee nicht mehr halb so groß wie sein Ego, aber dafür doppelt so groß wie sein Verstand! Wenn Sie mich schweigen, habt einmal Sie ihr die Arschgabe gezogen! Also, das muss ich mir jetzt wirklich nicht bieten lassen! Da fragt man nur, ob es ihr in Deutschland den Märklin lieber wirft wie wir in Österreich und werdet hinten und vorn wach! Eigentlich dürft es mich ja gar nicht wundern! Ihr Deutschen macht doch sowieso das, was ihr wollt! Ja, das stimmt schon so! Schließlich sind wir der großen Kinder! Und ihr von uns abhängig! Wollen Sie damit sagen? Deutschland ist besser als Österreich! Ja, genau! Genau das will ich sagen! Wir werden uns sicher nie vertragen! Seit Jahrzehnten, Jahrhundert in der Striminalität! Für Wiederversöhnung ist es längst zu spät! Von wem? Deutschland der große Bruder! Wir sind doch immer, wir haben doch immer nur das Ruder! Ein Land gegen Wirtschaftswagen! Wir warten nur darauf, bis es richtig krankt! Österreich, Deutschland! Wer hat denn die Oberhand? Grundrecht, zwei! Sie? Wollen Sie auch sein? Wie in der Zuge? Hat der noch mal eine Tassen im Schrank? Doch um nicht ernsthaft, dass ich so ein österreichisches Bonbon esse! Das ist doch nicht von dem vergiften! Nee, danke! Ich will mir nicht schon wieder den Wagen was gucken lassen! Und außerdem muss ich auch die Stange in die Atmen! Ach komm, man schon! Bei Ihrer ganzen Karrenwurst, dem Kjöschchen, den Frikadellen und dem ganzen weißen Hirsch, die diese Sonnenzucker auch schon gewünscht! Ja! Und Sie mit Ihrem Winnerschnitzel, dem Resserschmoren, dem Rettelhausen, machen sich gar nicht so zu rühmen! Wenn Sie das weiter essen, sind Sie der Nächste, die du sagst! Wie geht's denn? Was? Aber schmeckt nicht! Und Schleswig mag nur das Essen und der Lahn ein! Dann müsste er aber so ein bisschen Platz, damit mal einer von Euch gut drauf ist! Na bitte, was soll das jetzt heißen? Seid ihr nicht eigentlich irgendwelche Anscherben, die vor 11 Uhr zum Mittag die Dosis sowieso nicht aufbringen? Und selbst dann, kriegt man so ein Departest Moin Moin zu hören! Und Sie haben gesagt, Österreich ist besser als Deutschland? Ja, genau! Genau das will ich sagen! Wir werden uns sicher nie vertragen! Seit der 10. Jahrhundert mehr Spivalität! Für Wiederversöhnung ist es längst zu spät! Ihr seid doch sowieso nur Schnitzelfresser! Immerhin besser als wir Körbebots besser! Alten im Land gegen Wirtschaftsmacht! Wir warten nur darauf, bis es richtig kann! Besser ein Golfer! Wer ist denn die Oberhand? Wer ist denn die Oberhand? Runde! Drei! So! Ich wäre jetzt aber gespannt, was Sie da zu lesen! Die Kronenzeitung! Das wäre so bescheuert, oder? Tut ja nicht so! Schon klar am Wunder, wissen Sie? Marcel Wirscher hat gerade zum fünften Mal hintereinander den Gesamtrecht abwohlen! Ja, aber im Skifahren verschießt! Versteht Sie mich? Das ist jetzt mit den zwei Pressen! Ja! Ich weiß schon, was das ist! Ach so! Das wissen wir! Warum sind wir denn so schlecht? Und Sie sind denn aus den zwei Mannschaften zu jedem Elfband, wo man den Ball ins Tor schießen muss? Ja! Diesmal meint! Und warum sind Sie denn auch so schlecht? Na bitte! Ich sag nur 10. in der Wettbewerbsliste! Und umgeschlagen ist ein Trainerstiljahr! Also so schlecht sind wir dann doch wieder nicht! Und euch, Finkke, würden wir auch noch stark! Hat er das jetzt gerade mit Finkke gesagt? Ha ha! Wollen Sie doch jetzt sagen, Deutschland ist besser als Österreich? Ja! Genau! Genau das will ich sagen! Wir werden uns sicher nicht vertragen! Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Herr Stivalität! Für Wiederversöhnung ist die Strängs zu spät! Österreich ist die Führer der Skitation! Deutschland sind's dann Fußballthronen! Alpenlade gegen Wirtschaftsmarken! Wir warten nur darauf! Es ist richtig krass! Österreich, Deutschland! Wer hat hier die Oberhand? Eindeutig Deutschland! Wirklich! Dann sag sie mir, was besser ist! Berlin! Feierballen! Schnitzel! Sackertotten! Schiefball! Neustadt! Alter! Bayern München! Daher! Schäfer aus dem Brotow! An der es kann man gehen! Der Brotow! Der Brotow! Der Brotow! Der Brotow! Christoph Pals! Richard Lugner! Sollt ihr mir auf den Augen schicken! Rot! Weiß! Rot! Wollen sie doch nicht sagen, Österreich ist besser als Deutschland? Der? I? Nein! Sie? Ja, Deutschland ist besser als 24 Jahre alt. Ist das die Wahrheit? Ist das nicht eigentlich ein kompletter Blödsinn, das wir brauchen? Ich meine, wir haben die gleiche Sprache. Oder weniger. Sie sehen auch eigentlich gleich aus. Ja. Und wir interessieren uns für genau die gleichen Dinge. Ja. Das muss ich Ihnen recht geben. Warum? So kann man nicht jetzt nicht das Klickspeifen. Ja, enden wir uns endlich auf Unentschieden. Unentschieden. Weil Maria ist nie in meinem Leben.